Bereits als Teenager war mich klar, ich will Pilotin werden. Militärpilotin. Ich habe mich immer 100% dafür eingesetzt. Mein erster Flug alleine mit dem Jet. Das war unglaublich. Der Medienrummel hat aber gezeigt, dass Frauen in vielen Berufen noch Ausnahmen sind. Schussendlich macht das aber keinen Unterschied. Wir machen ja nur unseren Job. Ob Pilotin, Wissenschaftlerin oder Ingenieurin, es braucht mehr Frauen in technischen Berufen. Wenn du ein Ziel hast, dann verfolge es konsequent und lass dich nicht entmutigen. Glaub an dich. Mach den ersten Schritt in eine technische Karriere. Nimm jetzt an der Online-Challenge von Swiss Tech Ladies teil. Teste dein Talent. Schaffst du es in's Mentoring-Programm? Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Take her an,涼 느� apologize. Untertitelung des ZDF, 2020